Die vedischen Hochkulturen. Wenn wir heute die indischen Schriften anschauen, insbesondere die Veden, dort können wir sehen, das waren komplexe gesellschaftliche Strukturen. Da gab es ein großes Wissen, es gab architektonisches Wissen, medizinisches Wissen, es gab mathematisches Wissen, spirituelles Wissen, es gab Wissen über Staatskunst, Agrikultur, also Ackerbau, Handwerk und so weiter. Und so sind die Vedische, durch die Kultur, die in den Veden beschrieben wurde, sicherlich eine Hochkultur. Aber worauf beziehen sich überhaupt die Veden, auf welche Kultur? War es eine Kultur in der Ganges-Ebene und im Indus-Tal-Ganges-Ebene, die zwischen 1500 bis 800 vor Christus existierte, wie es uns die Indologen sagen? Oder war vielleicht die Indus-Saraswati-Kultur auch Harappa-Mohendro-Kultur genannt? War es vielleicht diese Kultur, die zwischen dem 4. und dem 3. Jahrtausend vor Christus ihre Blütezeit hatte? Was ist die vedische Hochkultur? Das ist bis heute nicht ganz klar. Zum Teil ist es auch schwierig, Ausgrabungen zu machen. Denn die Indus-Kultur liegt ja im heutigen Pakistan und die Pakistaner sind nicht ganz so interessiert, wie es die Bewohner oder die Hindus wären, nachzuweisen, dass die Kultur ihrer Veden uralt ist. Die Pakistaner sind ja mehrheitlich Moslems und ihnen ist es vom spirituellen Standpunkt aus wichtiger, was mit Koran und Islam zusammenhängt. Und ihnen ist weniger wichtig nachzuweisen, dass die vedische Hochkultur letztlich uralt ist. Für die Inder wäre es besonders wichtig nachzuweisen, dass die vedische Hochkultur die älteste Kultur der Menschheit ist und dass die Veden die ältesten Schriften der Menschheit sind. Aber die Inder, die Hindus, können nicht dort graben, wo die Indus-Kultur ist. Und so ist es bis heute nicht klar. Wo sind die vedischen Hochkulturen? Sind es, wie die Indologen sagen, eine Ackerbau-Vieh-Kultur, Rinder-Wirtschaft in der Ganges-Ebene? Oder ist es doch die Ebene oder die Kultur in Indus-Tal und im Panschab, dem Fünf-Strom-Land, wozu dann auch der Sarasvati-Fluss dazugehört, der vermutlich um 1800 vor Christus ausgetrocknet ist? Also die Frage der vedischen Hochkulturen ist eine bis heute ungelöste und auch eine politische und religiöse.